Massenhaft Videos zu Unrecht gesperrt, Julian Bam antwortet auf Sperrung. Und davon bin ich tatsächlich auch betroffen und das werde ich euch nachher auch nochmal zeigen, wie das dann aussieht. Aber jetzt erstmal, let's go! So moin moin, YouTube ist in Aufruhr, wir haben es mit einem riesigen Thema zu tun. Das Multi-Channel-Netzwerk Studio 71 hat heute zahllose Videos. So, komm, ja, da haben wir den Fullscreen. Ich dachte schon, wir bekommen nie den Fullscreen. Gesperrt und auch Livestreams ebenso gesperrt. Ja, auch Videos von mir und nicht nur eins. Nicht nur eins. Ich bin gespannt, was da noch alles gesperrt wird, ja. Ich habe jetzt heute schon, glaube ich, also mindestens drei Videos von mir wurden gesperrt. Ein Stream im Nachhinein, ein Video und ein Video habe ich jetzt schon wieder freigeschaltet. Und das war auch richtig insane. Es wurde einfach das Originalvideo von Julian Bam gesperrt. Also ich habe auf ein Video von Julian Bam reagiert und das Video von Julian Bam, was er selber produziert hatte, wurde von jemand Fremden einfach gesperrt. What the fuck? Aber egal, wir gucken weiter. Und unterschiedliche YouTuber haben sich hierzu bereits zu Wort gemeldet. Studio 71 hat hierzu auch schon etwas gesagt und wir gehen jetzt auf die Themen ein. Der YouTuber Julian Bam hat heute auf Twitter Folgendes geschrieben. Hallo Studio 71, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Rechte unserer eigenen Videos bei uns liegen. Es werden gerade Reaktionen von Netzwerk 71 geklickt. Auch meine, auch meine, indem ich schon längst raus bin, wie kann so etwas eigentlich passieren, sorry, an alle Reaktor. Hierzu hat Julian Bam einen Screenshot von dem YouTuber Flo der Flo gepostet. Hier wurde das Video von diesem entsprechenden YouTuber gesperrt. Das Video war ein Reaction-Video von dem Video von Julian Bam, wo er eben davon gesprochen hat, dass er mit dem Hauptkanal aufhören wird. Und was hier ganz besonders auffällt, hier steht ja urheberrechtlich geschützte Inhalt und ein Goodbye Julian Bam aufrichtige Worte an ihn. Rivenzeit, Reaction, Realtalk, wie kann... Genau, das ist nämlich das Interessante. Das ist nämlich das Interessante. Anscheinend wurden alle diese Videos von Revi gesperrt. Und ich möchte euch jetzt mal erklären, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, alle YouTuber reagieren ja immer so ungefähr auf denselben Content. Also zum Beispiel, Julian Bam bringt ein neues Video raus. Ja, er hört mit seinem Kanal auf. Dann reagieren alle YouTuber, alle Reaction-YouTuber reagieren auch auf das Thema. Ja, unter anderem darunter auch Revi. Und jetzt ist das Netzwerk von Revi hingegangen und hat quasi so getan, als wäre diese Reaction von Revi das Original-Video. Also alle anderen Videos, die dazu gemacht wurden, alle anderen Videos würden quasi ihm gehören. Und jetzt ist Revi hingegangen quasi. Also nicht Revi, ihr müsst jetzt nicht sauer sein auf Revi oder so. Sondern das liegt an seinem Netzwerk, was halt so inkompetent ist. Und hat alle Videos einfach gesperrt. Alle Videos. Und das sind nicht nur zwei Videos oder drei Videos. Sondern das sind mal locker so ein paar tausend Videos, die jetzt gerade heute einfach mal so gesperrt wurden. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber sowas fuckt einfach nur ab. Wo ich mir auch so denke, so alter, ein Riesennetzwerk, ja. Ein Riesennetzwerk, ein Multi-Channel-Netzwerk. Wo YouTuber eigentlich hingehen, um ihren Content zu schützen, ja. Kommt dann hin und richtet dann einfach auf YouTube so einen Riesenschaden an. Indem es, sorry, einfach random Videos gesperrt. Alter Schwede, das regt richtig. Und das regt einfach nur richtig auf. Kann so etwas passieren. Vor allen Dingen, vor allen Dingen kostet das Ganze ja auch noch, also mehrere tausend Menschen dann Zeit. Weil die haben zwar direkt gesagt, so ja kein Problem, ihr könnt uns einfach schreiben. Und wir sperren, wir entsperren dann das Video. Also für die Leute, die nicht verstehen, was sperren heißt. Sperren bedeutet, du kannst das Video wirklich dann nicht mehr angucken. Es ist weg. Es ist quasi ausgelöscht von YouTube. Es ist wie gelöscht quasi. So lange, bis es halt wieder entsperrt wird. Dann kann man es sich wieder angucken. Ruski Kevin schreibt, YouTube 2020. Ja, es wird immer besser. YouTube 2019 war schon eine komplette Katastrophe. YouTube 2020 mit noch schrecklicher. Herzlichen Glückwunsch, YouTube. Wobei das jetzt nicht unbedingt an YouTube liegt, sondern wirklich an Studio 71. Also das ist nicht unbedingt die Schuld von YouTube, sondern das liegt an Studio 71, die halt zu inkompetent sind, ihren Algorithmus, den sie benutzen oder ihr Programm richtig einzustellen. Und deshalb missbrauchen sie halt das Copyright Claim System von YouTube. Ja, belastendes Thema. Ja, das kostet halt mehrere hundert Leute jetzt einfach mal richtig viel Zeit, weil die, guck mal, dieses, dass man jedes Mal wieder an die schreiben muss und diesen Prozess durchlaufen muss, des Entsperrens, das dauert halt Zeit. Und wenn das dann mehrere hundert Leute machen müssen, ist halt einfach nur, das ist halt einfach wirklich, das ist halt einfach wirklich lächerlich. Anstatt, dass sie dann einfach sagen, so entsperren wir alles wieder, muss man, muss ich mich dann darum kümmern, weil deren scheiß System nicht funktioniert, dass das wieder entsperrt wird. Aber jetzt genug aufgeregt, wir gucken mal weiter. Julian Bam selber gehört schon nicht mehr zu Studio 71, allerdings der YouTuber Rivenside gehört zu Studio 71. Rivenside hat auf das Video von Julian Bam reagiert, hat ein Reaction-Video dazu veröffentlicht. Und da Rivenside im Content-ID-System von Studio 71 sich befindet, wurde dann das Video, worauf Rivenside, beziehungsweise das Video von Rivenside, wurde dann als Grundlage dafür genommen, eben dass andere gesperrt werden. Und die Videos wurden eben nicht nur geclaimt, sondern tatsächlich gesperrt. Und Studio 71 hat sich hierzu auch schon geäußert. Studio 71 hat dazu folgendes geschrieben. Es liegt momentan ein technisches Problem bei YouTube vor, welches zu fehlerhaften Claims... Bei YouTube. Das hätte ich jetzt auch gesagt. ...führt und auf, dass wir keinen Einfluss haben. Wir arbeiten mit Hochdruck daran... Ja, wir haben keinen Einfluss da drauf. Hm, hätte ich jetzt auch gesagt. ...alle fehlerhaften Claims schnellstmöglich freizugeben. Vielen Dank für euer Verständnis. Was man sagen muss, es betrifft eben nicht nur dieses eine Video, sondern es haben sich ganz, ganz viele YouTuber gemeldet, die ebenso fehlerhafte Claims von Studio 71 bekommen haben. Studio 71... Hier, hier ist einer. ...hat ein Content-ID-System, welches automatisch funktioniert. Und dieses Problem tritt anscheinend auch gerade nur bei Studio 71 auf, dass eben massenhaft Videos gesperrt... Ja, aber liegt ja an YouTube, oder? Liegt an YouTube. Aber tritt halt nur bei denen auf. Aber liegt an YouTube. Und hierbei handelt es sich nicht nur um Reaction-Videos, sondern auch um Let's Plays. Also wenn zum Beispiel ein Studio 71 YouTuber ein Let's Play von einem Spiel spielt, dann hat es dazu geführt, dass eben ähnliche Sequenzen, gleiche Sequenzen von anderen zu Unrecht ebenso gesperrt wurden. Und die Videos wurden dann offline genommen. Dass Studio 71 mit solchen Problemen zu kämpfen hat mit ihrem Content-ID-System ist für die Alten unter uns auch nichts Neues. Bereits vor einigen Jahren hat es genau das gleiche schon einmal gegeben, wo er sich auch Studio 71 dafür entschuldigen musste, dass sie fehlerhaft Videos gesperrt haben. Massenweise fehlerhaft Videos gesperrt haben. Und hierbei hat es auch nicht nur den deutschsprachigen Raum getroffen, sondern auch den internationalen Raum. So auch heute. Heute hat es ebenso auch internationale YouTuber getroffen. What the fuck? What the fuck? Ich dachte erst, das wäre nur in Deutschland. Aber Leute, ihr müsst euch das mal reinziehen. Ihr müsst euch das mal reinziehen, ja? Es wurden Leute, die dieselben Spiele... Also, okay, wir machen das Beispiel. So, Revi spielt, sagen wir Outlast, ja? Horror-Spiel, Outlast. Und in Outlast gibt es eine Cutscene, eine feste Cutscene, ja? Wo einfach nur quasi immer dasselbe passiert. Egal, jeder Spieler, jeder Spieler, der dieses Spiel spielt und let's playt, hat dieselbe Cutscene. Also, wer nicht weiß, was eine Cutscene ist, das ist quasi wie so ein Video, was da abgespielt wird. Und jeder Let's Player, der diese Cutscene in seinem Video hat, kann jetzt auf einmal von Studio 71 einfach gesperrt werden. Jeder. Weltweit. 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 Das können mal locker einfach ein paar, wirklich nicht nur so ein paar hundert Leute sein, sondern locker mal ein paar tausend Leute sein, deren Videos dann auf einmal gesperrt werden. Ich bin froh, dass ich nicht bei Studio 71 bin und ich denke, selbst wenn ich irgendwann mal einen großen YouTube-Kanal habe, werde ich nicht zu Studio 71 gehen. No front, aber natürlich. Das hat die ganze Seite in gewissem Sinne betroffen. So hat beispielsweise der internationale YouTuber King George Walter auf Twitter geschrieben, dass er ebenso fehlerhaft von Studio 71 geklämt wurde. Studio 71 hat sich nun zusätzlich auf Twitter noch einmal geäußert und hat geschrieben, dass wenn jemand fehlerhaft geklämt wurde, dass man dann Einspruch einlegen soll und Studio 71 dann innerhalb von Minuten dieses Video wieder freigeben würde. Also sollte jemand von euch fehlerhaft geklämt worden sein und euer Video ist jetzt offline, euer Video wurde gesperrt, dann stellt einen Einspruch ein und Studio 71 hat jedenfalls beteuert auf Twitter, dass sie dann das Video freigeben. Das, was jedenfalls ziemlich einzigartig ist bei Studio 71, ihr wisst, es gibt mehrere Multi-Channel-Netzwerke, die ebenso ein Content-ID-System haben. Aber anscheinend hat Studio 71 hier ein ganz großes Problem, denn die anderen Netzwerke, da kriegt man gar nichts so mit, dass die irgendwelche großen Probleme mit ihrem Content-ID-System haben. Und bei Studio 71 sind es immer wieder fallen, immer wieder technische Probleme auf, die dazu führen, dass dieser automatische Filter eben fehlerhaft eingestellt ist, beziehungsweise fehlerhaft funktioniert, was dann wiederum dazu führt, dass Videos zu Unrecht offline genommen werden. Ich habe eine Idee, Leute, ich habe eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal Studio 71 sperren gehen? Wir tun uns alle zusammen und wir sperren einfach Studio 71. Einfach so, weil die einfach, weil die uns gesperrt haben. Wir gehen jetzt einfach alle hin und sperren wir, oder? Dann ist das Problem ein für allemal gelöst. Beziehungsweise Videos zu Unrecht gesperrt werden. Man muss hier ganz klar sagen, bei dem Content-ID-System handelt es sich um einen automatischen Filter. Manche bezeichnen es als die Vorstufe von Artikel 13, weil YouTube hat ja einen Filter, das ist das Content-ID-System. Und wir müssen wohl davon ausgehen, dass eben auch durch später, wenn Artikel 13 kommt, dass dieser Filter um einiges verschärft wird. Und aktuell kann man sagen, man sieht, es gibt auch aktuell Probleme bei einem automatischen Filter, obwohl wir jetzt noch gar nicht Artikel 13 da haben. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir Artikel 13 haben. Das Ganze ist jedenfalls ein riesiges Thema, weil man muss sich einfach mal vorstellen, dass hier massenweise Videos zu Unrecht gesperrt wurden. Es haben Nutzer gefragt, ob es nun auch eine Form von Entschädigung oder so gibt. Das ist eine juristische Frage, vielleicht der... Das wäre schön, das wäre schön. Also meine Stunde kostet 50 Euro. Kann der gute Christian Solmecke etwas dazu machen, ob ein Netzwerk verpflichtet ist, Entschädigung zu leisten, wenn sie zu Unrecht massenweise Videos sperren? Weil hier gehen ja schließlich auch Werbeeinnahmen verloren. Wenn dem so ist, dann kann man sicherlich Studio 71 dazu raten, hier vielleicht mal eine Versicherung abzuschließen, weil das ja doch immer wieder auch bei Studio 71 passiert ist und vielleicht auch wieder passieren wird. Weil sie arbeiten mit Content-ID und anscheinend führt diese Arbeit zusammen mit diesem System eben dazu, dass zu Unrecht Videos gesperrt werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Jo, das hat der liebe Herr Newstime auf jeden Fall gut zusammengefasst. Für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert in diesem Moment bitte. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream, morgen 18 Uhr, schaltet ein. Wir sehen uns dann, haut rein Leute. Ich hab euch alle lieb, schlaft gut und bis dann. Ciao, ciao.